sie kennen das beim braten das öl spitzt über in der küche herum oder der geschmack des zubereitenden essens wird negativ durch das öl beeinflusst das sind alles ärgernisse die müssen nicht mehr sein für dieses problem haben wir eine passende lösung entwickelt bestellen sie jetzt im praktischen vorratspack originales es spritzt nicht und ist absolut geschmackslos